Höchste Rentensteigerung seit Jahren. Mein Name ist Peter Breville, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentengestalt24.de. Die Deutsche Rentenversicherung hat die Statistiken geöffnet und die ausgezahlte Durchschnittsrente ist laut der ersten Statistik der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2022, also ab Juli 2022 von 1.089 Euro im Schnitt auf 1.152 Euro gestiegen. Männer bekommen im Schnitt 1.276 Euro Rente, damit 78, 68 Euro mehr. Frauen bekommen im Schnitt 1.060 Euro Rente. Die durchschnittliche Netto-Witwinrente stieg von 512 Euro auf 540 Euro, also 28 Euro mehr. Und die Witwerrente stieg von 374 Euro auf 396 Euro, 22 Euro mehr Rente. Damit gab es im vergangenen Jahr 2022 das höchste Netto-Rentenplus für die Senioren seit vielen Jahren. 2013 lag die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro. Die Altersruhegelder sind also seit 2013 um rund 34,7 Prozent gestiegen. Ursachen für den starken Anstieg waren die letzten starken Rentenerhöhungen. Also man kann sagen, wir haben ja seit 2014 wirklich immer gute Rentenerhöhungen gehabt. Bis 2022, im Jahr 2021 gab es im Westen leider keine Rentenerhöhungen. Aber dafür gab es dann im Jahr 2022 wieder einen kleinen Nachholeffekt. Die Rentenerhöhungen am 1.07.2022 betrug im Osten 5,35 Prozent und im Westen 6,12 Prozent. Daneben spielen auch noch die Verbesserungen für Erwerbsminderhöhungen eine deutliche Rolle. Das heißt also, wir haben ja seit dem 01.01.2019 hier Verbesserungen in der Zurechnungszeit. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist der pauschalisierte Zuschlag für EM-Bestandsrentner, deren Renten nach dem 31.12.2000 und bis zum 01.01.2019 begonnen haben. Die sollen ja zum 01.07.2014 bis zu 7,5 Prozent Zuschlag auf die Rente bekommen. Also ich finde, ganz ermutigende Zahlen, dass wir sagen können, dass die Renten doch trotz aller Widrigkeiten so gut gestiegen sind. Und schauen wir mal, was die tatsächliche Rentenerhöhung im Jahr 2023 zum 01.07.2023 bringen wird. Es gab ja die ersten Prognosen, so mit 4,2 Prozent mehr. Ich hoffe natürlich für Sie alle, für alle 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, dass es noch viel mehr wird. Denn wir können mehr Geld im Portemonnaie sicherlich sehr gut gebrauchen. Die meisten Senioren und Senioren leiden ja auch unter den hohen Kosten seit Beginn der Ukraine-Krise. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.